Klingelingeling Hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, kommen sie alle, alle an die Eier ran. Das sind die aller dicksten Klotter, die man jemals sah. Unsere Eier, die sind Güteklasse A. Unsere Eier, die sind Güteklasse A. Jeden Morgen um halb fünf, manchmal auch noch früher, stehen wir auf auf unserem Hof und wecken unsere Hühner. Wir locken sie mit Putt, 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 sodass sie uns vertrauen. Dann picken sie die Körner und wir können die Eier klauen. Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, kommen sie alle, alle an die Eier ran. Bei Jung und Alt und in der Stadt und auf dem Land sind wir als Eiermann und Eiermann bekannt. Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, kommen sie alle, alle an die Eier ran. Das sind die aller dicksten Klotter, die man jemals sah. Unsere Eier, die sind Güteklasse A. Unsere Eier, die sind Güteklasse A. Unser Ei kommt garantiert vom frohen Federviel. Nicht so schlappe Kugeln aus der Legebatterie. Auf unserem Hof können Hühner noch frei picken und frei kratzen. Wir wünschen guten Appetit, sie können ruhig schmerzen. Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, kommen sie alle, alle an die Eier ran. Bei Jung und Alt und in der Stadt und auf dem Land sind wir als Eiermann und Eiermann bekannt. Klingelingeling, 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 hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, kommen sie alle, alle an die Eier ran. Das sind die aller dicksten Klotter, die man jemals sah. Unsere Eier, die sind Güteklasse A. Klingelingeling, 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 hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, kommen sie alle, alle an die Eier ran. Bei Jung und Alt und in der Stadt und auf dem Land sind wir als Eiermann und Eiermann bekannt. Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, kommen Sie alle, alle an die Eier ran Das sind die aller dicksten Plotter, die man jemals sah Unsere Eier, die sind Güte Klasse A Unsere Eier, die sind Güte Klasse A